Mit den im Rahmen dieser Lektion erworbenen Erkenntnisse sind Sie nun in der Lage, Zusammenhänge zwischen globalem Umweltwandel inklusive dem globalen Klimawandel, Prozesswechselwirkungen, Kaskadeneffekten, der Rolle der Konnektivität und dem Auftreten von Extremereignissen herzustellen. Wir haben uns in Video 2 mit der Definition von Extremereignissen und Katastrophen beschäftigt. In Video 3 wurden Wechselwirkungen, Multigefahren und Kaskadeneffekte sowie die Rolle der Konnektivität anhand zweier ausgewählter Fallbeispiele aus dem österreichischen Alpenraum, dem Schwarzen Seebachtal in der Steiermark und der Blassen Sedimentkaskade in Hallstatt konkretisiert. Darüber hinaus wurden grundlegende Konzepte und Kenntnisse über das Anthropozän, also die gegenwärtige geochronologische Epoche, in welcher der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist, vermittelt. Jetzt noch viel Erfolg bei der Selbstüberprüfung des Gelernten.